Der Mensch ist das einzige Tier, das erröten kann oder sollte. Mark Twain Der Mensch ist das einzige Tier, das erröten kann oder sollte. Mark Twain Der Mensch ist das einzige Tier, das erröten kann oder sollte. Mark Twain Der Mensch ist das einzige Tier, das erröten kann oder sollte. Mark Twain Ich lese gleich einen Ausschnitt, einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch Wildes Tierweißer Mann von Bernhard Schimmick vor. Mark Twain Aus dem Brockhaus Verlag Leipzig 1969 Bernhard Schimmick Wildes Tierweißer Mann Ich hatte einmal so einen Hasen namens Theodor, der bei uns in der Wohnung herumlief und alles andere als schüchtern war. Er kommandierte die Hunde, vertrieb sie durch Strommeln mit den Vorderfüßen von ihrem Lager, wenn er sich dort hinlegen wollte und hatte seine festen Läufe in meiner Stube unter dem Schreibtisch durch oder an den Bücherschränken entlang. Genau wie ein Hase in Freiheit Theodor aß auch gern Wurst und Hackfleisch wie überhaupt viele gefangen gehaltene Hasen. Im Magen freilebende Hasen hat man noch nie Reste von Tieren nachweisen können. Vermutlich decken sie ihren Eiweißbedarf, indem sie ganz junge, sehr eiweißhaltige Pflanzentriebe abweiten. Von denen bekommen sie bei uns Menschen wohl nicht genug. Solche zahmen Hasen können allerlei Kunststücke lernen. Es gibt ein Flugblatt aus dem Jahr 1689, auf dem ein Artist namens Carlos Legrand Hasen ankündigt, die auf den Hinterbeinen aufgerichtet marschieren und Rommeln schlagen. Solch einen zahmen Hasen hatte auf der verstorbene Freiherr von Böselager. Er hielt ihn fünf Monate lang im Haus, aber ließ ihn ins Freie laufen, wie er nur wollte. Kamen Arbeitsgäste, so brauchte man lediglich die Verandatür aufzumachen, Licht anzuknipsen und Muckelchen, Muckelchen, so ruf. Dann kam er aus dem Freien ins Haus, sprang seinem früheren Besitzer auf den Schoß und störte sich nicht daran, dass oft ein Dutzend fremde Menschen im Zimmer herum saßen. Zwar hatte man ihm ein Ohr abgeschnitten, damit er nicht versehentlich bei der Jagd mit erschossen würde, aber eines Tages wurde er dann doch von einem Raubtier umgebracht. Bernhard Schimmick aus seinem Buch, seinem wunderbaren Buch, unglaublich gut geschriebene Buch, Wildes Tier, Weißer Mann, das Schicksal der Tierwelt in Eurasien, Nordamerika, Rockhaus Verlag, Leipzig, 1969. Der Sohn des Freiherrn von Böselagen ist höchstwahrscheinlich der mutige Widerstandskämpfer, Herr von Böselagen, der gegen Hitler bekämpfte. Muckelchen, 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 Der große Muck Der große Muck Muckershüt 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 Pickmuck Muckershüt Musik Wolfgang Borscher, draußen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen aus dem Rohrhold Verlag, 1956 erschienen. Eine Auflage von 1981. Nachts schlafen die Ratten doch. Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte blau-rot voll früher Abendsonne. Staubgewölke flimmerte zwischen den steilgereckten Schornsteinresten. Die Schuttwüste döste. Er hatte die Augen zu. Mit einmal wurde es noch dunkler. Er merkte, dass jemand gekommen war und nun vor ihm stand. Dunkel, leise. Jetzt haben sie mich, dachte er. Aber als er ein bisschen blinzelte, sah er nur zwei etwas ärmlich bewusste Beine. Die standen ziemlich krumm vor ihm, dass er zwischen ihnen hindurch sehen konnte. Er riskierte ein kleines Geblinzel an den Hosenbeinen hoch und erkannte einen älteren Mann. Der hatte ein Messer und einen Korb in der Hand und etwas Erde an den Fingerspitzen. Du schläfst hier wohl, was? Fragte der Mann und sah von oben auf das Haar gestrubt herunter. Jürgen blinzelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und sagte, Nein, ich schlafe nicht. Ich muss hier aufpassen. Der Mann nickte. So, dafür hast du wohl den großen Stock da? Ja, antwortete Jürgen mutig und hielt den Stock fest. Worauf passt du denn auf? Das kann ich nicht sagen. Er hielt die Hände fest um den Stock. Wohl auf Geld, was? Der Mann setzte den Korb ab und wischte das Messer an seinem Hosenboden hin und her. Nein, auf Geld überhaupt nicht, sagte Jürgen verächtlich. Auf ganz etwas anderes. Na, was denn? Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben? Na, denn nicht. Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe. Der Mann stieß mit dem Fuß an den Korb und klappte das Messer zu. Ha, kann mir denken, was denn im Korb ist, meinte Jürgen geringschätzig. Kein Hietchenfutter. Donnerwetter, ja, sagte der Mann verwundert. Bist ja ein fixer Kerl. Wie alt bist du denn? Neun. Oha, denk mal an, neun also. Dann weißt du ja auch, wie viel dreimal neun sind, wie? Klar, sagte Jürgen. Und um Zeit zu gewinnen, sagte er noch. Das ist ja ganz leicht. Und er sah durch die Beine des Mannes hindurch. Drei mal neun nicht, fragte er noch einmal. Sieben mal zwanzig. Das wusste ich gleich. Stimmt, sagte der Mann. Und genau so viel Kaninchen habe ich. Jürgen machte einen runden Mund. Sieben und zwanzig? Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du? Ich kann doch nicht. Ich muss aufpassen, sagte Jürgen unsicher. Immer zu, fragte der Mann. Nachts auch? Nachts auch, immer zu, immer. Jürgen sah an den krummen Beinen hoch. Seit Sonnabend schon, flüsterte er. Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du musst doch essen. Jürgen hob einen Stein hoch. Da lag ein halbes Brot und eine Blechschachtel. Du raus, fragte der Mann. Hast du denn eine Pfeife? Jürgen fasste seinen Stock fest an und sagte zaghaft, ich drehe. Pfeife mag ich nicht. Schade. Der Mann bückte sich zu seinem Kopf. Die Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können. Jürgen, vor allem die Jürgen. Vielleicht hättest du dir eines ausgesucht. Aber du kannst ja hier nicht weg. Nein, sagte Jürgen traurig. Nein, nein. Der Mann nahm den Kopf hoch und richtete sich auf. Naja, wenn du hier bleiben musst, schade. Und er drehte sich um. Wenn du mich nichts verbrätst, sagte Jürgen da schnell. Es ist wegen den Ratten. Die krummen Beine kamen einen Schritt zurück. Wegen den Ratten? Ja, die essen doch von Toten, von Menschen. Da leben sie doch von. Wer sagt das? Unser Lehrer. Und du passt nun auf die Ratten auf? fragte der Mann. Auf die doch nicht. Und dann sagte er ganz leise. Mein Bruder. Ja, der liegt nämlich da unten. Da. Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. Unser Haus kriegt eine Bombe. Mit einem Mal war das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben doch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Er ist vier. Er muss hier ja noch sein. Er ist doch viel kleiner als ich. Der Mann sah von oben auf das Haar gestrutt. Aber dann sagte er plötzlich. Ja, hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen? Nein, flüsterte Jürgen. Und sah mit einem Mal ganz müde aus. Das hat er nicht gesagt. Na, sagte der Mann. Das ist aber ein Lehrer, wenn er nicht mal weiß. Nicht mal das war es. Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer. Wenn es dunkel wird schon. Jürgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Betten sind das, dachte er. Alles kleine Betten. Da sagte der Mann und seine krummen Beine waren ganz unruhig dabei. Weißt du was? Weißt du was? Jetzt füttere ich schnell meine Kaninchen. Und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein kleines oder was weißt du? Jürgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Kaninchen. Weiße, graue, weißgraue. Ich weiß nicht, sagte er leise und sah auf die krummen Beine. Werden Sie wirklich nachts schlafen? Der Mann stieg über die Mauerreste weg auf die Straße. Natürlich, sagte er von da oben. Euer Lehrer soll einpacken, wenn er nicht mal weiß. Das war es. Da stand Jürgen auf und fragte. Wenn ich eins kriegen kann? Ein weißes vielleicht? Ich will mal versuchen, rief der Mann schon im Weggehen. Aber du musst hier so lange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause. Weißt du, ich muss deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird. Denn das müsst ihr ja wissen. Ja, rief Jürgen. Ich warte. Ich muss ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt. Und er rief. Wir haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter, rief er. Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief mit seinen krummen Beinen auf die Sonne zu. Die war schon rot vom Abend. Und Jürgen konnte sehen, wie sie durch die Beine hindurch schienen. So krumm waren sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt hin und her. Kaninchenfutter war da drin. Grünes Kaninchenfutter. Das war etwas grau vom Schutt. Die Erzählung von Wolfgang Borschert. Für Nacht. Schlafen. Die Ratten doch. Die Erzählung von Wolfgang Borschert. 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 Wolfgang Borschert. Die Erzählung von Wolfgang Borschert. Perfekt zu uns.